Hallöchen meine Gruselfreunde, hier ein kleines, ja wie soll ich sagen, so ein Mist-Video. Gestern Abend gab es ein Update von Among the Sleep, das ungefähr ein bisschen mehr wie ein Gigabyte enthielt. Schön dafür, der Nachteil ist, wir haben keinen Speicherstand mehr und ich kann auch kein Kapitel mehr auswählen, wo wir waren. Denn das ist jetzt natürlich absoluter Mist, Mistikack, wie der Herr Ufo sagen würde. Und ja, das bedeutet zum einen, A, kommt heute keine Gruselfolge, außer das hier ist gruselig genug. Und B, darf ich dieses Projekt, ebenso wie bei Layers of Fear, da dort der Speicherstand auch weg ist, neu beginnen. Daraus Schlussfolgern wir. Nächste Woche beginnen wir wieder mit Layers of Fear von vorne. Es sind jede Menge Erneuerungen gekommen und wenn das beendet ist, schauen wir mal, ob wir mit Among the Sleep von 9 beginnen. Oder ob wir in der Zwischenzeit dann ein neues Grusel-Let's Play beginnen. Weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Wie gesagt, jetzt hier die Info für euch. Finde ich persönlich schade, ich hätte gern gewusst, wie die Geschichte zu Ende geht. Aber vielleicht ist die Geschichte jetzt dann auch eine komplett andere. Weiß man ja nicht. Von daher, äh, tut mir echt leid. Also ein bisschen für mich. Aber, naja, hilft ja nichts. Ich hoffe, ich sehe jetzt dann den einen oder anderen von euch dann ab 19 Uhr im Livestream, wo ich dann mit dem Brutzi in der Runde Spin-Tire spiele. Und danach mit dem Herrn Ezekrim und dem Brutzi zusammen durch die Lande der Borderlands-Streife. Wie gesagt, ich hoffe, ihr seid nicht allzu traurig. Große Let's Play ab nächster Woche. Macht es gut und Tschüssi!